Die Sendung wurde live untertitelt. Was? Sie hat sich verlassen wegen einem Sexfilm? Ja, stellt euch mal vor. Ich meine, das hat doch nichts zu bedeuten. Guckst du auch heimlich Pornos? Nein, nein. Für mich ist das nicht so. Hattet ihr gar keinen Sex mehr? Doch. An seinem Geburtstag, manchmal an meinem. Das letzte Mal am Tag der Deutschen Einheit. Das weiß ich noch, weil dabei im Radio der Bundespräsident quatscht. Ich kann jetzt im Stehen pinkeln. Hi, Putzmann. Ich bin der neue Nachbar. Ich bin schwul. Oh, das tut mir leid. Das muss dir nicht leid sein. Damit komme ich schon klar. Hi. Darf ich einen anderen Mann vielleicht nur mal erwähnen, ohne eine Szene? Wer ist es? Der Möbelpacker? Bernd Eichinger zeigt eine Achterbahnproduktion. Wie die Karnickel. Das war das Kaffee meines aus. Das war ganz schön mies drauf. Ach, hallo. Kringelt. Das ist Siegfried. Siegfried, das ist Kringelt. Warte mal. Ja, das stimmt. Nach der bewegte Mann. Der neue Film nach den Comics von Ralf König. Hallo. Hallo, ich bin's. Ja, einen Moment. Ach, wie ist es? Hier, sag ihm, dass du hier drum bist. Was? Du stehst nicht auf mich, du stehst auf Lesben mit dicken Titten. Sag ihm das. Wie die Karnickel. Die Figur, die Übung. Übung. Das kriegen wir schon. Ach, da. Ab 12.09.2002. Nur im Kino. I am what I am.